Ich war kurz davor festbauen zu gehen, das wäre jetzt sehr ziemlich witzig gewesen. Da könnte Krono gehen eigentlich, obwohl er muss sich zurückziehen, ne boah, das ist glaube ich keine gute Wahl. Danke. Danke. Ich habe mich doch nicht genommen. Oh nein. Danke. 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 Das ist sogar zwei. 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 bronze, in der沒有. Das ist sogar zwei. Und dann mach's, was das ist. Das kann ich auchzer. Das ist ja vielleicht. Das nimmt mich nicht. Ich halb. Ich bin nicht schüttet. Oh, ähm. Ich valibliere. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ich habe dir die R gegeben gerade. Oh, ja, okay. Ach, der droppt hier, okay. Ach, der droppt hier. Ach, der droppt hier. Ach, der droppt hier. Jetzt ganz vieles durch uns. Ach, der droppt hier. Ach, der droppt hier. Ich habe 18 Harps, ich beschütze da einfach drüber. Ach, der droppt hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube, ich bin tot. Was? No, das ist sehr ungünstig, weil jetzt ist er eigentlich auch tot. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ähm. Dann belege ich alles durch die Mitte. Oh, mein Gott. Ja, du bist sowas von tot. Okay. Ähm. Dann wird das jetzt auch mal spannend. Sag mir sowas, was du in deiner Base hast. Was? Was muss ich machen? Was ist denn dran? Ähm. Da sind 3 Factories. Last. Und Eco abwech ich gerade einfach. Okay. Okay. Ich schalte den Scheiß hier aus. Ich glaube, wir sind hinterher mit Eco. Das wäre sehr gut. Wir haben viel mehr Eco als Raelia. Oh, ja. Aber ich sehe gerade, was bei ihr in der Mitte kommt. Ähm. Sehr gut, die Harbinger können richtig viel damage machen. Ja, ich würde runter gehen, oder? Ja. Perfekt. Bleib stecken. Achtung, pass auf, die Pressis. Ah, ja. Fuck. Okay. Der Pusht rein. Der Pusht rein. Der Pusht, das sind alle HDP. Ah, ja. Okay. Das ist sehr gut. Kannst du hier unten ein bisschen aufpassen? Der droppt ist. Ja. Das habe ich auch gesehen. Das sind halt fucking viele Pushtner. Ja. Sehr gut, du bist drin. Ja. Aber er ist bei mir auch gerade drin. Nee, passt, 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 ja. Das passt vollkommen. Oh ja, du bist richtig drin. Hier, geh rein. Max. Ja. Passt. Aber ich will, dass das Q dafür noch kurz was ist. Die haben nicht so viel Power. Ja. 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 Ja.